Bill Gates ist einer der reichsten Menschen der Welt. Er ist heute 66 Jahre und lebt in Medina, USA, kommt aus dem Ort Seattle aus der USA und hat in Harvard seine Ausbildung durchlaufen. Nicht ganz, denn er ist einer derjenigen, der sein Studium abgebrochen hat. Er hatte mit 30 Jahren bereits ein Vermögen von über 200 Millionen US-Dollar und mit 50 Jahren ein Vermögen von rund 46,5 Milliarden. Bereits in der Grundschule zeigte er in den Fächern Mathematik und Naturwissenschaften ein hohes Interesse. Er hat früher auf Basic-Programmen eigene Programme geschrieben und hat zum Beispiel das Spiel Tic-Tac-Toe erstellt. Im Alter von 14 Jahren hat Bill Gates zusammen mit seinem Schulfreund Paul Allen ein Unternehmen gegründet mit dem Namen Traffodata, das nichts anderes als Verkehrsströme gemessen hat. Und dieses Unternehmen hat er für 20.000 Dollar verkauft. Im Jahr 1975 war der große Durchbruch, denn Bill Gates hat sich dazu entschlossen, sein Studium an der Harvard University abzubrechen, um das Unternehmen Microsoft Corporation komplett aufzubauen. Er ist bekannt für Sprüche wie zum Beispiel in seinen 30ern hat er keinen einzigen Tag nicht gearbeitet und seit dem Jahr 2008 hat er sich immer mehr und mehr aus dem Tagesgeschäft von Microsoft zurückgezogen. Zuletzt hat er sogar den Posten des Aufsichtsratsvorsitzenden zurückgegeben. Doch jetzt möchte ich dir drei Unternehmen zeigen, die ihr jetzt in der jüngsten Vergangenheit für die Bill & Melinda Gates Stiftung gekauft habt. Und diese Stiftung funktioniert nach wie vor, obwohl Bill Gates und Melinda Gates nicht mehr verheiratet sind. Und mit diesen Worten möchte ich dich mit auf den Bildschirm nehmen, denn das Unternehmen Nummer eins, das er gekauft hat, ist das Unternehmen Liberty Global. Es ist ein Unternehmen aus dem Bereich der Telekommunikation. Es macht vor allen Dingen Glasfaseranschlüsse und verbindet Unternehmen, um mehr und mehr Daten von A nach B zu bringen. Und das Interessante an diesem Unternehmen ist, es hat heute lediglich eine Marktkapitalisierung von rund 16 Milliarden US-Dollar und ist von dem Hochst, das es in den Jahren 2015 bei etwa 50 US-Dollar hatte, immer noch nicht erholt. Also der Abverkauf, der von 2015 bis ins Corona-Tief im März stattgefunden hat, waren immerhin fast 70%. Jetzt allerdings kommt das Unternehmen mehr und mehr aus der Krise heraus und das merkst du eben an dem Aktienmarkt oder an den Aktienkursen. Und das Interessante ist allerdings an dieser Stelle, dass unsere Indikatoren seit etwa 18. August bei einem Kurs von 29 US-Dollar ein Verkaufssignal getriggert haben. Ich möchte euch nur mal ganz kurz zeigen, was ein Verkaufssignal bei uns bedeutet. Das heißt also nicht, dass eine Aktie unbedingt abstürzen muss, sondern dass wir erwarten, dass die Aktie tendenziell seitwärts bis hin zu fallend agiert. Und ja, sie ist natürlich hier gestiegen, gefallen, gestiegen, gefallen, aber im Wesentlichen konntest du von diesen 28, 29 US-Dollar nicht mehr viel gewinnen. Ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass dieser Abverkaufstrend Trend oder dieser Trend nicht in der Aktie zu sein, jetzt nach den Earnings, die eben ja jetzt zeitnah kommen, vorbei sein kann und eine weitere Bewegung über diese 29 oder gar 30 US-Dollar hinaufkommen kann. Ich empfehle jedoch erst die Earnings abzuwarten und hier natürlich auf hoffentlich gut performende Earnings zu warten. Ein weiteres Unternehmen, das Bill Gates weiter aufgestockt hat, ist das Unternehmen Ecolab. Ecolab ist ein Unternehmen, das im Bereich Labortechnik, Laborausrüstung unterwegs ist und viele namhafte Unternehmen wie zum Beispiel Roche, Novo Nordisk, Novartis, Johnson & Johnson, aber auch Pfizer arbeiten mit diesem Unternehmen zusammen. Sie haben Oberflächendesinfektionsmaterial, das jetzt zum Beispiel auch in der Corona-Krise stark zur Anwendung kam, haben aber nicht nur das, sondern auch die großen Geräte, um Tinkturen zu mischen, zu analysieren, in die Bestandteile auseinanderzulegen, zu zerlegen. Ich bin hier kein Experte auf diesem Gebiet, aber Ecolab ist einer der führenden Anbieter, wenn es um das Thema Laborausrüstung geht. Und dieser Bereich ist etwas, der uns aus meiner Sicht über die nächsten Jahrzehnte vielleicht sogar noch, noch viel länger begleiten wird. Denn das Thema Gesundheitsvorsorge, Prävention und so weiter geht immer auch mit dem Thema Forschung einher. Forschung funktioniert dann letztendlich auch in den Laboren. Es ist allerdings ein Unternehmen, das schon relativ hoch bewertet ist, mit einer Marktkapitalisierung von über 60 Milliarden US-Dollar. Und was du hier letztendlich bemerken oder sehen musst, ist, diese magische, ja ich möchte schon sagen magische Strich bei etwa 228, 230 US-Dollar, wo, Entschuldigung, wo Ecolab immer wieder abgeprallt ist. mehr oder weniger und das ist das, was wir jetzt hier eben auch sehen. Die Aktie hat jetzt eben von diesen 230 US-Dollar den Weg nach unten angegeben, nur um, und das obwohl, Entschuldigung, das obwohl die Earnings relativ gut waren. Und das ist das, was wir jetzt hier eben sehen, dass wir hier eine Range von 230 bis in etwa 200 Dollar haben. Und ich, also natürlich hier keine Anlageempfehlung, aber ich empfehle Leuten, die sich mit diesem Unternehmen beschäftigen wollen, erst wieder bei Kursen von um die 200, 205 US-Dollar auseinanderzusetzen. Also das ist ganz wichtig, Unternehmen nicht dann zu kaufen, wenn sie teuer sind, sondern dann zu kaufen, wenn sie günstig sind. Natürlich, ich gebe dir recht, Ecolab wirst du nie super, super günstig bekommen, aber die bei 230 US-Dollar zu kaufen, ja das würde ich jetzt nicht machen. Warum? Das siehst du hier an dieser Begründung. Und auch bitte, wenn du das genauer haben möchtest, ja, wenn du genau wissen willst, wann aussteigen, wann auch wieder einsteigen, dann melde dich bitte für ein kostenloses Strategiegespräch, denn wir können mit hoher Trefferquoten ganz genau sagen, wann du in eine Aktie einsteigen sollst und wann du auch wieder aussteigen sollst. Und am Telefon erkläre ich dir auch, warum das Ganze so gut funktioniert. Deswegen bitte melde dich zu einem kostenlosen Strategiegespräch. Aber das nächste Unternehmen, das ich dir noch zeigen möchte, das Bill Gates jetzt noch gekauft hat, ist das Unternehmen von Warren Buffett, Berkshire Hathaway und ich habe hier zwar eine alte Darstellung von visualcapitalist.com, das ist eine Seite, die ich dir wirklich empfehlen kann, ist kostenlos und hier siehst du, in welchen Unternehmen Warren Buffett oder Berkshire Hathaway bereits schon investiert hat. Und du siehst, das sind im Wesentlichen US-amerikanische Unternehmen. Gehen wir hier ein bisschen näher ran, dann können wir das ein bisschen besser sehen. Und zum Beispiel ist es das Unternehmen Fruit of the Loom, die machen T-Shirts. Oder aber Geico ist ein Versicherungsspezialist. Burlington North Santa Fe, so glaube ich, wird es ausgesprochen, ist ein Bahnunternehmen. Dann Netchats, die machen Privatjet-Vermietung. Seas Candies, die machen Pralinen. Clayton Holmes, ein Maklerunternehmen, ich glaube sogar Bau, Bau auch, könnte jetzt allerdings falsch sein, ich bin mir nicht ganz sicher, Duracell, ein Batterieunternehmen. Und das sind die Unternehmen, die sie komplett besitzen. Sie besitzen aber noch weit mehr Aktien, zum Beispiel von Apple, Wells Fargo, Kraft Heinz, Bank of America, Coca-Cola, Americans Express und so weiter. Und das Lustige ist, ich habe dir heute hier mal die B-Aktien mitgebracht. Die A-Aktien kosten ja mehrere hunderttausend US-Dollar. Auch hier haben wir eine magische Grenze bei etwa 290, 295 US-Dollar. Und auch die wurde jetzt wieder, das mache ich euch mal in Rot, die wurde jetzt hier wieder einmal mehr Anfang November, Ende Oktober nicht durchbrochen. Und das bedeutet also, wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass die Aktie, natürlich die Earnings, da muss man noch ein bisschen darauf abwarten, den Weg nach unten gehen wird, aber eben auch nur bis zu diesen etwa 270, 275 US-Dollar. Auch hier würde ich jetzt nicht in dieses Unternehmen einsteigen, sondern einfach, Entschuldigung, noch warten, bis diese Aktie mal bei 270, 275 Dollar ist. Auch die Earnings noch abwarten. Und wie gesagt, auch hier nochmal, wenn du genau wissen willst, wann einsteigen, wann aussteigen, melde dich bitte bei uns. Ansonsten wünsche ich dir viel Erfolg bei deinen Investments. Bis zum nächsten Video. Ciao.